Aber der hat ja nur ne KD von 0,5, weil er auch die Assisten dazuzählen. Ne, oh, schade, ich hab nichts mehr zum löschen, ach, schade. Oh, ich war ein Agent, ey. Schwuletto ist drin. Ja, jetzt passiert, gibt der mir den Hit, ah, doch. Doch, ja, du, drei, ja. Das Spiel, die Aufnahme lösche ich. Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Senseless Survivor hier wieder mit einer Runde, einer sehr schönen Runde, Hand Showdown. Nicht wirklich viele Kills gemacht, also ich gar nicht, hab bloß einen Hitmaker gelandet. Pascal hat seine drei Kills gemacht. Aber wenn ihr Freunde des gepflegten Dünnschissgelabers seid, dann seid ihr ja genau richtig mit diesem Video. So, dann wünsche ich euch noch starke Nerven und viel Spaß mit dem Video. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Bis dahin, ich danke euch. Wir sehen uns, Jesse, euer Senseless. Der Name und das Aussehen, so stelle ich mir Pascal vor. Gräfin, Pau oder Walbraun. Oh, gut. Iris McMillan. Oh, ich, ja, stimmt. Geiler Name. Iris, bitte, ja. Nicht Iris. Iris. Iris McMillan oder sowas dann. Macmillan, das passt schon, das war schon korrekt. Ich achte sehr auf die Aussprache, auf die korrekte Aussprache. Und immer mit Doktor. Ja, sehr wichtig. Doktor, Doktor, Professor Zucker. Mhm. Und hier, wir zwei, ich hab einen Doktortitel, du bist ein Adlicher. Und hier, Old Greenhorn Junge, Anne Willis. Anne Willis. Jetzt ist unser ***. Das ist die Schwester von Bruce Willis. Bist du die Schwester von Bruce Willis? Ich hab gedacht, die spinnt, aber jetzt wirkt das ja wirklich. Naja. Anne Willis. Anne Willis. Anne, die Willis. Willis. Nein. Bruce Willis. Die Willis. Die Willis. Die Willis. Was gibt's denn bei den komischen Softpunkten hier? Eispunkten zum Schluss? Überschüssige Eventpunkte? Der Geizhals. Geizhals. Ey. Die haben ein Dings, eine Skin nach dir genannt. So stelle ich mir Karsten vor. Der Geizhals. Was haben wir gemacht? Na der Geizhals, das ist Karsten. Wieso bicken der Geizhals? Naja. 1,5 Millionen auf dem Konto aller. Bitte. Naja, weil du schon 300.000 verloren hast. Habe ich ja auch. Mit I-Bam-Bam. Ich hatte mit Pascal heute 2.000 gewonnen. Und mit dir, lieber Matthias, habe ich 2.000, eigentlich 3.000 verloren. Das kann nicht sein. Guckt sich Pornos an. Aus Recklinghausen. Sind ich dessen? Was soll dein Vater fragen, Pascal? Warum sein Vater? Pascal kennt sich selber bestens aus. Wie das in den 70er Jahren so war. 60er Jahre. Was soll denn mein Vater da kennen? Ja, die ganzen... Da ist die Hochburg der Nutten gewesen und so. Echt? Jaja. Und heute? Zu DDR-Zeiten ist immer ein Rentner rübergefahren nach West-Berlin. Und der hat sich in die ganzen Pornohäfte auf den Rücken geklebt. Mit Paketzebeband. Mein Gott, ist das am Leggen, ey! Wer haben dich? Ja, verstehe ich. Ja, verstehe ich. Aber alle Pulte. Also wirklich Standbilder. Wie viele Standbilder. Krass. Aber jetzt würdest du den Rechner verkaufen. Der hat einen besseren Rechner als ich, glaube ich. Nee, das kann aber nicht sein, Pascal. Das kann ich auch nicht. Nee, das glaube ich nicht. Das gibt es doch nicht. Irgendwas ist jedenfalls, weil ich kann nicht mehr aufnehmen, gleichzeitig mein Spiel und die Facecam und so. Das geht, da geht es nicht mehr. Da kann ich das Spiel nicht mehr spielen. Das war sonst nie. Ja, also irgendwas ist hier ganz extrem. Das ist ja eine Sache, die man vielleicht noch verstehen könnte. Aber das versteht man gar nicht. Nee. Ihr lauft immer. Alten Office-Rechner oder so. Wir laufen irgendwo hin. Ich weiß nicht wo. Einer rennt vor, ich renne hinterher. Ich bin eigentlich nur mit, weil ich erzählen möchte. Es war eine Durststrecke, die ich jetzt zu überwinden habe. Ja, bloß, dann kannst du doch rausgehen und erzählen, der kann Ibambam mitmachen. Ja, da verlierst du erst recht eine Million. Da ist die Million heute Abend noch weg. Lutz, im Schutz der Nacht hat er dich arm gemacht. Das schön ist wirklich, Lutz, der will dir dann sagen, wie du es zu spielen hast. Was? Und dabei hat er eine KD von 0,5. Dann werde ich erst mal was erzählen. Aber der hat ja nur eine KD von 0,5, weil er auch die Assisten dazu zählen. Die hatten ja sonst eine KD von 0,3. Das ist schon hart. Hast du? 0,3, ey. Das ist schon hart, ey. Das Prinzip kann man sich noch einverlassen hat spielen. Naja, aber Hauptsache, es macht Spaß. Ja, das ist richtig. Er freut sich wahrscheinlich noch über jeden Kill. Immerhin noch nicht. Da überlegt er, wenn du sagst, zu Blanchett oder wie auch immer halt. Achso? Wo ist das denn? Obwohl er das Spiel auch schon... Er spielt ja auch schon über 3.000... Echt? Ja, ja. Köst. In seinem niederbayerischen Dialekt. Aha. Ich kenn das. Früher war das schon... Also ich angefangen ja mit Hand. Da war das schon eine Herausforderung. Stimmt. Das war schon eine Freude, mal einen Jäger zu erschießen. Einen gegnerischen. Stimmt. Deswegen hab ich auch so eine Scheiß-Karte. Ja. Das hat er heute immer noch. Ne. Heute ist es nicht mehr so. Ne, ich meine der Ding. Achso. Ja, deswegen ist es ja schon. Kann man ihn etwas beneiden, so. Das war ja mal eine Sensation. Drei Jäger an einem Rann erschossen. Wahnsinn. Wir sind ja mal komplett ausgerastet, als wir sechs Jäger erschossen haben. Da war ja schon Weihnachten und Ostern am gleichen Tag. Ja, damals hat man das auch noch sehr geheimnisvoll gespielt. Ja. Oh, jetzt war ich fast in der Falle geratscht. Korsten, warst du schon hier? Ja. Wer soll das? Schon hier? Ja, wenn du mich so fragst. Achso, bist du die drei, ehrlich? Tatsache. Ja, der war wahrscheinlich gerade auf dem Desktop oder so. Krasse. Da sind Rahmen hochgegangen. Wo denn? Wo denn? Hat jemand den Clou aufgenommen? Ne. Warte mal. Spinn mal runter in Clou. Ihr müsst aufpassen, da müssten welche sein über das Wasser gewesen. Blöde Sonne, ich seh nichts auch. Scheiß Sonnenplanet wieder. Oh, hier ist das. Hier ist das an der Wand. Oh, ja. Fünf Aufwertungspunkte. So was gibts auch. Krass. So was gibts auch. Stillwater. Tja, wo sind die Typen, die hier durchgegangen sind? Da sind Rahmen hochgegangen. Klaus, du hast du was hier schlafen? Nein, Quatsch ey. Mit der Windfeder oder was? Ja, ich bin gestorben. Auf der anderen Seite 83 Meter, Alter. Fuck, das darf nicht was sein, ey. Ich sehe nichts in dieser Drecksbude. Ich aufheben kann. Ich könnte dich theoretisch aufheben. Hast du eine Langwaffe? Aber bitte spring dann vor mir rum. Ja. Da hinten ist er. Lauf weg. Hab's geschafft. Na gut. Jetzt muss ich schon wieder mit halbem Leben hier rumrennen. Das ist ja kein Ammo. Ey. Recks Köder. Hier ist Heilung, Leute. Willst du mich verarschen? Ich hänge... Hier ist Heilung. Überall. Hier ist Waffen rein, Jungs. So brauche ich nicht. Meine können schmutzig bleiben. Ja, warte, ich hole, komm. Hier ist Geld. Ja, und jetzt ist meine andere Waffe noch dreckig. Was ist das denn? Wir müssen die umgehen, Richtung... Wir müssen gar nix. Zero. Weil wir keine EMO mehr haben. Komm, du Uhrensohn. Entschlass dich doch nicht so lange battlen. Hier haben wir noch Munition. Ey! Was war das? Das hat sie schon. Nee, die sind nicht schon. Hier drüben. Einer ist tot. Ist auch gut. So, der Bitch! Ich geh jetzt ihren Leichen schänden. Ja, ich komm mit. Hat einer was zum Brennen? Nee, ich hab was zum Sprengen. Ich hab die Haif getötet. Ist ja gut. Damit ihr... Ja, guck mal. Jetzt sind sie ruhig auf einmal, was? Also hat keiner was zum Werfen? Warte, ich hol mal. Ich guck mal was. Ich guck mal was. Ein Paket nebenbei mit aufbauen. Das Paket lass ich mir nicht nehmen. Gibt's hier eine Schlampe? Ich meine eine Lampe. Oh nein, Mist. Mann, eine Lampe, schnell hier. Verdammte Scheiße. Dort. Jetzt muss ich mir noch einer zeigen. Aber ich weiß ja ungefähr, wo er liegt. Ich kann dir das genau sagen. Der Busche brennt jetzt. Dann sollen sie den Fernkampf weitermachen. Die kleinen . Habt ihr jetzt eine Idee, was wir machen? Ja, und gegenseitig am Piedermann spielen. Haha. Huhu. Sehr schön. Ich glaub, ich hab einen Kopfschuss gemacht. Ja. Ah, der rennt ja noch weiter. Da ist noch einer. Der ist nicht tot? Na, einer ist verreckt, ja. 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 Einer ist noch da hinten. Ein Hit. Komm ich hier hoch mal, verdammt. Mann. Asoziales Spiel, Alter. Jawolle. Ja, prima. Alter, leck mich doch am Sack, du blöde Scheiße hier. Wie passiert? Ja. Äh, ich wollte da den Kill, aber jetzt ist er weg hier, Alter. Scheiße. Äh, ich könnte den anderen noch löschen, dann können wir die Waffe da aufheben. Okay. Vorhaut. Vorhaut. Äh, wo ist der denn hier? Hier ist er. Warte, Kumpel, brennen und nicht durch. Äh, ach ne, Lebel Marx hat der hier. Ach so. Und damit hat er nichts getroffen. Ey, wieso kann ich den nicht ausmachen? Ach so, ich hab, warte. Ne, oh, schade, ich hab nichts mit zum löschen. Ach schade. Boah, ich bin so ein Agent, ey. Ja, vorhin hatte ich was dabei, ich dachte, jetzt ist vorhin. Mann. Lass mal da die Hütte hoch. Ey, das ist neu, die Hütte kenn ich noch gar nicht. Die Hütte. Die gibt es jetzt öfter mal hier. Da sind immer Sachen drin. Neuzur und Heilung. Echt? Cool. Ja. Ich hab noch nie gesehen. Hier sieht aus wie der Archenoa oder sowas. Scheiße, keine Emo hier, ey. Archenoa. Also, deine biblische Geschichte damals nicht mal sehen, ey. Naja, vom Weiten sah es jetzt so aus, als würde das Boot hier so noch auf dem Stapel stehen. Die haben so fast nen Sack weggeschossen. Also Heilung ist hier, Muni ist hier, Ofen ist hier, Bett ist hier, alles da. Sag ich doch, Archenoa. Oh, guck mal, ne Max, man. Ne. Ach so, ne. Munition? Wo? Boah, bis du auf dem Blinder ist, auf dem Tisch. Wie sind die denn? Ach so. Ja, wo sind die wohl? Wie weit schießt die Scheißknacher eigentlich, die ich hab? Oh, da kam was an. Der hat doch mit der Automat jetzt nicht etwa in meine Richtung geschossen? Ne. Also, wenn er das tun würde, dann können das ja nur Idioten sein. Ja. Ja, die schießen doch auf uns hier. Ne, die schießen sich da hinten. Die bescheißen sich gegenseitig. Oh, einer ist voll weg. Oh, einer ist voll weg. Einer gestorben. Jetzt gibt's Tote. Dadam, dadam, dadam. Ich hab nur einen Schuss Waffen dabei, das ist auch gut. Ja, hab ich auch. Also die geilsten. Die kloppen sich hier. Oh ja. Stopp. Einer drin und einer draußen links daneben. Einer hier wohl. Einer davon hin am Stein. Weiß. Oh Mann. Ah, er gibt mir einen Heddy, ey. Leckt mich doch eine. Kannst du aufheben? Ich hab Angst. Ey, was ist denn das für eine Drecksknache, Alter? Dann schieß mal auf den. Kannst du ihn auf sie heben? Ich treffe nicht einen Hit, Alter. Und zum Nachladen muss ich zweimal drauf rumdrücken auf dieser Scheiß-Taste. Schwuletto ist drin. Ja, jetzt gibt der mir den Hit. Alter. Leck mich doch am Sack, Alter. Leck dich doch nicht am Sack, ey. Bist du ekelhaft. Nein, es ist das Geilste überhaupt. Zur Weihnachtszeit. Schön salzig, ne? Salzstangen. Danke. Der ist dann nicht mal an der gleichen Stelle wie gerade. Der ist doch, der kommt wieder. Scheiße, hier ist einer. Wo heißt hier? Südosten. Südwesten. Süden, Südwesten irgendwo. Das ist immer die geilsten Antworten. Hier. Hier ist der. Hier. Einer ist unten drunter, unterm Haus. Achtung. Sag mal, die killen uns die ganzen... Killzback. Ja. Einer ist hier unten drunter. Einer ist hier unten drunter. Wo ist denn der Bumsohn? Der hier aus dem Acker? Unterm Haus. Unterm Haus ist der irgendwie. Da läuft was. Hier war doch noch einer draußen auf dem Acker, oder? Das ist auch so ein Acker. Der hat doch hier Dynamit reingeschmissen. Ich glaube einer ist rüber gelaufen. Ich glaube einer ist rüber gelaufen hinter dem anderen Haus. Kuss. Wie geht's los? Ja. Ja. Du bist doch tot. Wo kam der her, Alter? Ich hatte mehrere Teams. Keine Ahnung, Alter. Was war das denn? Wolltest du das Heu wegschießen? Ich dachte, mich hat der Köder getötet, aber nee. Hatte ich ja, oder? Nö, mich hat einer eine Chance. Ja, dann Zeit gleich. Boah, geil. Ach so, ich gucke den Idioten zu. Ich dachte, ich gucke dir zu. Aber wir sind alle tot, oder? Wir sind alle tot. Shit. Die Lache war am besten. Haben wir überhaupt jemanden erschossen? Ach ja, nee. Du, drei, ja. Das Spiel, die Aufnahme lösche ich. Top-Secure darf nicht veröffentlicht werden. Nee. Aber siehst du, dein 12-Kill-Run muss ich nochmal machen, Mann. Ich gucke überhaupt nicht nachher. Du 15-Kill-Run meinst du? Also, das waren ja 15. Ja. Und das hab ich getrun. Ach ja. Na ja. Das war's. Ja. Ja. Jur могут das erste Mal sein ins Spiel ges picky. Und das alles. der warsche die wineagere Shamosollo. DeÑa die ne сегодня ist sie ja. Es gab es gut. Could man sagst sie gleich noch? stro? Na ja? Oh doch, ja.